Okay, Neustart. Ich hab heute paar Sachen eingekauft. Das ist ein Zerpack und hier hab ich noch eins in der Tüte, aber dazu kommen wir später. Ich hab, wie ihr hier seht, noch einen Pro Controller. Den muss man irgendwie hier verbinden mit der Wii U und ich hab sowas nicht. Also, I don't know. Aber, hier, Shiggy. Wer mag Shiggy? Das ist hier dran. Mario ist der heiße Scheiß. Okay, hier haben wir das schöne Ding. Warte, hier. Zuerst sag ich mal das Design. Hier und hier bin ich ganz schick. Okay, jetzt machen wir es auf. Okay, hier brauche ich so eine Schere oder ich mach das schnell mit den Fingern. Also, ich hab's auch gemacht. Jetzt nicht so sauber, aber das ignorieren wir mal. Wir machen das jetzt auch hier bei der Seite. Okay, so, das jetzt auf. So, let's go. Der Moment der Wahrheit, Leute. Der Moment der Wahrheit. So, der Karton ist leer. Das ist das gute Ding. Ja, hier haben wir noch ein Aufladekabel. Das da und das hier. Das gute Ding. So, ich bin jetzt erstmal gespannt. Denn Mario, Leute, das Design gefällt mir sehr, sehr gut. So, ich hab das Teil jetzt aufgeladen. Warte mal, konnte ich das auch aufladen? Aber das ist doch so ein komisches Akku-Teil. Egal, du bist sowieso scheiße, Shiggy. Irgendwo ein Kern gekauft. Okay, es ladet jetzt. Ich kann's jetzt eigentlich sogar theoretisch anmachen, aber... Ja, egal. Das dauert zu viel Zeit. Ja, das. Ja, blablabla. Und jetzt kommen wir zum Highlight. Und zwar das hier. Die Nintendo... Warte. Die Nintendo Switch. Okay, die hatte ich schon vorher. Deswegen weg mit dir. Und zwar das hier. Pokémon. Strahlen der Diamant. Alter, Epic. Wir öffnen es jetzt. So, die Folie ist erstmal ab. Jetzt machen wir es auf. Okay. Ja, stimmt. Es gab's jetzt so ein Jirachi-Event. Schöne Karte von der Sinnregion. Von Pokémon. Schwert war das, glaub ich, nicht dabei. Oder? Ach, keine Ahnung. Aber ein Pokémon-Less-Geboli. Definitiv. Dann noch Jirachi-Mew. Pokémon. Oh. Man kann also, wenn ich das richtig verstehe, sein Pokémon. Von Pokémon Schwert und Schild. Von Pokémon schrallender Diamant, schrallender Perle. Weiter trotzdem. Cool. Gefällt mir. Dann noch Werbung für Pokémon. Legendäre Arceus. Ach so, nein. Tatsächlich habe ich mich... Ja, also ich habe den Text nicht gelesen. Und zwar in Südfluri. Ähm, Südwesten Fluri gibt es eine Dame und ein Herr. Wenn du Spieldaten zu Pokémon Let's Go Evoli oder Pokémon Let's Go Pikachu hast, dann geben sie dir Mew. Und wenn du Spieldaten von Pokémon Schwert und Pokémon Schild haben, dann geben sie dir Jirachi. Ja. Dann noch Pokémon Sammelpack. Und hier ist das gute Ding. Mit der schönen Sinnoregion Karten Ding da. Perfekt, wir nehmen es mal raus. So. Ich habe Mario Kart 8 Deluxe rausgetan. Jetzt tue ich Pokémon rein. Und... Warte, warte, warte. Da ist es. Pokémon Dialga. Also, da auf den Cover. Ich muss, glaube ich, erst mal downloaden. Downloaden, was zur Hölle. Herunterladen, bitte warten. Selbstverständlich. Jetzt müssen wir erst mal warten. Es dauert manchmal lange, manchmal kurz. 15 Minuten steht da. 13, 12, also 11, 10, 9, 8, 6, 7, 8. Ihr wisst, glaube ich, alle, die an der Switch haben, wissen, wie das irgendwie hier funktioniert. Aber, äh, naja. Also, solange das downloadet, kann es das hier laden. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Bis dann.